Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kannst du mal Klartext reden? Tap, 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 tap. Komischer Hamster. Tap, 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 tap. Hä? Tap, 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 tap. Hör mal auf, tap, 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 tap zu sagen, okay? Tap, 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 tap. Oh, jedenfalls bist du jetzt endlich da. Dann können wir jetzt anfangen zu feiern. Tap, 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 tap Tap-Tap! Hat du Möhrchen? Ja. Hier. Danke. Und ich hab gedacht, es beginnt endlich das Osterfest. Tap-Tap! Ich hab grad einen ganz verrückten Traum gehabt. Damit das jetzt nicht in echt passiert, was ich geträumt hab, wünsch ich euch alle frohe Ostern. Feiert schön, genießt euer Naschen. Und wenn ihr tolle Geschenke bekommen habt, dann könnt ihr sie ja auch hier auf YouTube zeigen. Ja. Ich werde jetzt nochmal, äh, ja, versuchen besser zu schlafen. Gute Nacht! Halt mal! Wieso hatte Fred in meinem Traum eine Mütze auf? Hm. Egal. Ist doch nur ein Traum. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht!